Das Spielplatzangebot hier ist super. Der Schulweg ist richtig gefährlich. Die Hunde machen überall hin. Wie familienfreundlich sind unsere Städte und Gemeinden? Der große SZ-Familienkompass gibt die Antwort. Über 10.000 Familien haben sich an der repräsentativen Umfrage beteiligt. Alle Ergebnisse, Ortsvergleiche, Interviews und Stellungnahmen von Eltern, Politikern und Experten. Der SZ-Familienkompass. Ab 15. Juni exklusiv in der Sächsischen Zeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017